Okay, das ist der Punkt, wo Leute sagen werden, Vic ist komplett wahnsinnig geworden. Kann man dir irgendwie helfen? Wollen wir reden? Vielleicht bin ich ein kleines bisschen verrückt. Was ich vorhabe, seht ihr jetzt. Es könnte vielleicht sein, dass es heute ein bisschen salty wird. Ist nur so eine Theorie. Das hier ist der Superstar-Mode Mecha. Und das letzte Mal, als ich den bekämpft habe, habe ich etwas Verrücktes probiert. Und zwar habe ich gesagt, dass ich versuche, den zu besiegen, ohne ein Königsherz zu benutzen. Das bedeutet, wir hatten nicht 6 HP, wir hatten 3 HP. Und ich habe so rumgeschrien. Hier ist es so lächerlich! Ja, genau! 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 Mann! Ich war noch nie so aggressiv während einer Mario Odyssey Challenge. Das ist das Dämmste! Das Dämmste, was ich jemals gemacht habe! Scheiß Blitze! Aber am Ende des Tages habe ich es geschafft, nach 3 oder 4 Stunden. Diesmal will ich Folgendes probieren. Und zwar möchte ich versuchen, den Bruder hier zu besiegen. Ohne ein einziges Mal Schaden zu nehmen. Und ich weiß, es ist absolut verrückt. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Caro hat geschrieben, du bist wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, was du damit meinst. Ich finde, ich bin heute vollkommen normal. Wollen wir nochmal sehen, ob ich das überhaupt schaffen kann. Jetzt verruf ich das Ganze, ohne einmal Schaden zu nehmen. Let's fucking go! Ich freue mich drauf. Warte mal kurz. Ich muss mich kurz umbringen. Ich habe den Timer noch nicht gestartet. Das zählt nicht. Außerdem sieht das cooler aus, wenn ich null Münzen habe. Der Timer startet jetzt. Was glaubt ihr, wie lange ich brauche? Glaubt ihr, ist das überhaupt möglich? 8 Stunden hat jemand geschrieben. Ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Das Gute ist, ich bin ja schon so ein kleines bisschen trainiert. Und der Bruder kann mir gar nichts. Denkst du, ich habe Angst vor dir, mein Freund? Oh, okay. Ja, wir müssen neu anfangen. Also, ich habe schon so eine ungefähre Strategie. Ich bekämpfe den ungefähr so, wie ich den bekämpft habe, als ich den besiegt habe. Nur mit einem kleinen Unterschied. Ich versuche, oben zu bleiben auf jeden Fall. Danach versuche ich, auf der obersten Kapsel zu landen. Ah, das sieht nicht gut aus. Ja, okay. Wir müssen neu anfangen. Wir müssen neu anfangen. Gibberleiter hat geschrieben, ich projekte die 4 Stunden, 26 Minuten und 40 Sekunden. Das ist sehr precise. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, es sind 4 Stunden, 26 Minuten und 15 Sekunden. Konzentration. Also, erst kletter ich hier hoch. Ah. Oh mein Gott. Was war das denn? Ich habe den Tod vor meinen Augen gesehen. Nochmal der ganze Spaß. Erst versuche ich, hier hoch zu klettern. Okay, das war wack. Du wirst keine Chance gegen mich haben. Ich habe dich schon mal besiegt. Und ich werde dich wieder besiegen, mein Freund. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir killen erst den Bray. Ah, ich glaube, das ist nicht hoch genug. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind drauf. So, und jetzt versuchen wir von hier auf ihn zu springen. Und lassen es einfach hinunterfallen. Jetzt kommt die Section, wo er auf uns zuläuft. Ich glaube, wenn ich hier einfach stehen bleibe, dann wird er uns nicht berühren. Wir hoffen einfach mal. Genau bei dem Zacken. Und wir müssen darauf achten, dass uns der Vogel nicht killt. So, jetzt gehen wir wieder zur Mitte. Kabern den Vogel und bleiben auch in der Mitte. Damit er uns nicht stompen kann. Den Trick haben wir relativ spät herausgefunden beim letzten Mal. Jetzt klettern wir wieder hoch. Sehr schön. Landen auf den Bruder. Und ich glaube, die Kuppel ist hier. Und versuchen, oben zu bleiben. Auch wenn es hart ist. Ja, Leute. Das war der Stream. Ich hoffe, die Challenge hat euch gefallen. Drei Minuten und dreißig ungefähr haben wir gebraucht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Einen Spaß. Hä? Also, ich war schon sehr lucky. Das, was ich gerade geschafft habe, das habe ich erstens noch nie geschafft. Und zweitens wusste ich nicht mal, dass das der richtige Weg sein wird. Ich hatte so einen ungefähren Plan, wie ich das mache. Aber was jetzt? Weil ich den Stream nicht nach einigen Minuten schon beenden wollte, dachte ich mir, okay, ich spiele noch eine andere Mario Odyssey Mod. Eine, die Hübi schon gespielt hat. Und zwar, je mehr Monde Mario einsammelt, desto höher springt er. Dann ging es auch schon los. Drei, zwei, eins, go. Einmal einen Mond einsammeln, gleich Mario springt höher oder irgendwie sowas. No! Also, am Anfang können wir ja gar nicht springen, oder wie? Wie witzig ist das denn, dass sie ihr Rampen mal eingebaut hat? Aber warum? Ich hätte doch theoretisch auch so machen können. Hübi hat ohne Cap-Jumps gemacht. Okay, gut. Dann müssen wir das ja theoretisch auch machen, oder? Also, wir versuchen jetzt, ohne Cap-Bounces das Ganze zu schaffen. Also, ich habe das Gefühl, dass Mario nochmal so einen Hype generiert, dadurch, dass jetzt der Mario-Film rauskam. Gefühlt, jede 50 Sekunden war ein Easter Egg bei dem Mario-Film. Es gab zum Beispiel auch diese eine Map. Das war eine Anspielung, so wie das designt war, an Mario World. Und das fand ich richtig, richtig cool. So eine Mario-World-Map habe ich auch zu Hause. Ich komme gleich. Tada! Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich mir vielleicht ein neues Mario-Display hole, weil es gibt extrem geile. Was passiert, wenn ich hier oben einfach Mario Movie eingebe? Warte mal, das ist doch aus Forrest Gump, oder? Ich habe den Film gesehen und ich finde, dieses Display sieht schon ziemlich cool aus. Soll ich das mir holen? Ich gönne es mir einfach. M, L oder XL. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal bei M. Wir stellen das Ganze in Matt und theoretisch haben wir noch die Möglichkeit, so einen Bilderrahmen auszuwählen. Aber wir nehmen mal ohne. Und voilà, zwei bis drei Werktage, bis es bei mir in Deutschland ist. Ich finde Displays einfach viel cooler als normale Poster, weil erstens sind das Metallposter. Du hast eine richtig geile Qualität und du musst nichts bohren oder hämmern. Das Ganze wird einfach so befestigt an die Wand mit einem Klebepad und einem Magneten. Also man befestigt das Klebepad an die Wand, den Magneten an das Klebepad und dann Display einfach nur drauf. Man hat auch viel mehr Freiheit und Umfang, wie man das Ganze platziert. Also wenn es ein bisschen schief ist, kannst du es gerade machen. Du kannst es mehr nach links machen, du kannst es mehr nach rechts machen. Ich finde, das ist so ein geiles Konzept und das wird in Europa produziert. Und pro Bestellung wird ein Baum in Afrika gepflanzt. Für eine gute Sache. Ich habe euch mal unten in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar ein Deal verlinkt. Geht auf den Link und ihr erhaltet 20% Rabatt für 1 bis 2 Displays. Und ab 3 Displays 30% Rabatt. Außerdem habe ich eine eigene Displays Homepage. Da könnt ihr euch meine Favoriten angucken und euch gegebenenfalls inspirieren lassen. Wie gesagt, geht auf meinen Link und sichert euch meinen Deal an euch. 1 bis 2 Displays sind 20% Rabatt und ab 3 Displays 30% Rabatt. Danke an Displays für die Unterstützung und jetzt geht das weiter mit der Challenge. Was soll ich dann machen? Ach du Scheiße, ich kann den Mond nicht einsammeln. Oh, okay, ich glaube das funktioniert. Ich glaube das könnte funktionieren. Let's go. Der Sprung reicht nicht. Wie zur Hölle soll ich das einsammeln? Äh, Moonwalk. Bam, 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 ba-dam, 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 ba-dam. Sieht ein bisschen aus wie ein BLJ. Boah, shit. Was? Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Okay, hier gibt es relativ einfache Monde, die man sich gönnen kann. Wie zum Beispiel der Shop-Mond. Hoch komme ich sowieso nicht. Also zum Adler, vielleicht später oder so. Und wie sieht unser Sprung jetzt aus? Ja. So bin ich gesprungen, als ich ein Baby war. Easy. Easy. Let's go. Und inzwischen reicht ein normaler Sprung. Ist das nicht schön, Freunde? Ey, das ist so easy geworden. Also, at this point ist das wirklich Walking-Simulator, was ich mache. Super chillig. Oh mein Gott. Was zum Teufel. Oh Leute, ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Krank. Hat ja funktioniert. Auf zum Dragon. Oh nein, Beyblades. Ich würde sagen, wir warten hier einfach, bis er fertig ist. Kranker Fight auf jeden Fall. Alles Gute, komm von oben. Komm schon. Ach, Glück gehabt. Jetzt kommt Nick von hinten. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und die letzte Kuppel. Komm schon. Von hier oben. Wunderschön. Wann, denkst du, kommt die nächste Nintendo-Konsole? Boah, ich glaube, wir müssen noch richtig lange darauf warten. Die Nintendo Switch ist immer noch so extrem erfolgreich, also Nintendo hat gar keinen Grund, eine neue Konsole zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Nintendo sich momentan extrem ausruht. Auf der Nintendo Switch. Aber nicht nur auf der Nintendo Switch, sondern auch auf Mario Kart 8. Weil überleg mal, die Nintendo Switch ist einfach die erfolgreichste Nintendo-Konsole, die Nintendo jemals rausgebracht hat. Also da wird sich auf jeden Fall sehr viel zurückgelehnt. Sogar unter zwei Stunden. Schön. Das war nicht die Challenge, die wir eigentlich gemacht haben. Aber dann haben wir halt zwei Sachen gemacht. Hat Bock gemacht, Leute. War geil. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.